In der ANA A380 im Turtle. Lang gewünscht und endlich geschafft. Das ist so geil. Ich fliege heute in First Class. Kaviar. Schmeckt roher Fisch. Ich fliege alleine in der Business Class. Du bist immer. In der First Class. Ich in der Business. Ein bisschen angepisst, Leute. Geil. Und dann. Schönes Flugzeug. Tolles Erlebnis, mal mit der Turtle geflogen zu sein.